So, nach etwas Formelei hat es jetzt wohl geklappt. Das ist jetzt mal ein 2.4 oder 2.0.4 auf dem Drucker. Ich glaube Statistik müssen auch gehen. Ja, die gehen jetzt auch mittlerweile super. Das scheint zu funktionieren und das schönste ist, wir haben jetzt das MKS-Scan hier wieder drin, dass jetzt auch der Mirror-Modus funktioniert. Das heißt, ich habe hier mal einen Spiegel-Test drauf, das ist ohne Temperaturen und sowas, einfach, dass er mal fährt. Ist das nicht schön. Ja, endlich funktioniert es. Jetzt wird erstmal getestet. Ich glaube, ich habe in dem Kabel hier noch einen Wackelkontakt vom Verkabeln jetzt in den letzten Tagen, da stimmt irgendwas noch nicht. Aber ansonsten sieht es soweit schon mal ganz gut aus.